hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde toybox turbos heute mit dem benni willkommen ja hi so ja welches fahrzeug nimmst du ich glaube ich nehme mal dieses polizeifahrzeug sieht eher aus wie ein taxi aber sollte ja kein problem sein ich habe ja sonst fast alles schwarz immer noch nicht warum das bei mir so komisch gelb ist ich mag auch eher so schwarze autos die sehen einfach besser aus ja auf jeden fall also gelb sind wie direkt billig aus hell weiß hat sich mein farbschema hier geändert im hintergrund bei der statten ich führe gerade noch so läuft noch direkt viel besser leckt das zwischendurch aus bei mir jetzt gerade nicht also jetzt hat mich zu akana hat mich gerade fertig gemacht den zeigen was jetzt ja dann ist nämlich krass jetzt macht der panzer uns hier lange okay ich bin die rote ambulanz das muss ich mir merken ich habe maschinen wäre das schon mal gut und ich bin voll vorgeperzt ich habe gerade vorm eierkarton fest ja irgendwann aber auch elektrik ist kaputt schade 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 ich war so weit vorne und jetzt gewinnt er gleich der cio hakuna den kicke ich gleich ey das ist doch besser so mein elektrik ist schon wieder kaputt jetzt gewinnt er echt geht es doch nicht unglaublich ja kommt hier einfach ich habe ein punkt perfekt ja das geht nicht hatte ja du hast auch einen steht hier das ist ja mal die speziellen geschenkpakete dann nehmen wir mal für eine fahrzeugkategorie rennwagen oder so oder offroad mir eigentlich egal ich nehme offroad ja das hört sich cool an waffenstandard oder chaos chaos na ist besser ja irgendwie sowas kameratyp drauf sich geht ja auch stimmt ja okay dann mal go genau so ich nehme das golfkart ich nehme den traktor ein rennen der titanen obwohl von der beschleunigung her müsste ich dich abziehen ich mein es auch genau aber wahrscheinlich in der endgeschwindigkeit das ist ja cool man kann auf leertaste das blinklicht anmachen ja oder hupen kannst du sonst ja das ist auch ziemlich witzig so wo geht es hier lang das ist immer sehr ätzend wenn man vorher weiß man immer nicht wo es lang geht oh ja ich bin kaputt was bis runter gefallen was ich glaube oder ich bin irgendwo gegen gefahren das passiert auch sehr häufig jetzt habe ich die geschenke nicht mitgenommen das ist meine elektrik kaputt hier kenne ich die abkürzung dies dann gewinnt man hier auf obat und nein wer schießt auf mich ja gewohnt also gewohnt ja ja genau gegen die hier und der tue hier und der tue genau machen die machen wahrscheinlich sowas von fertig ja das können wir machen oh nein entschuldige entschuldige wo bin ich denn jetzt auf der scheiße mine ha ha mein armer traktor ich habe es noch überlebt das sieht einfach nur cool aus so großen offroad fahrzeug und nur mit einem golfkart da hätte ich aber ein bisschen angst wenn das ein echtes rennen wäre guck mal dein reifen ist so groß wie mein ganzes auto ich glaube das stimmt da könnte sein ab geht dem auch äh du bist nicht jetzt mein Ding ins weg ach lol was du den event dessen benutzt habe nein ha ha oh yes glückwunsch Ah, du kriegst auch noch 3 Oh, perfekt Wieso kriegst du denn der kalten auch noch 3, da verstehe ich nicht Das weiß ich auch nicht Selbst der letzte kriegt hier noch Punkte, was hat denn für ein Spiel, ey Das ist komisch, aber Ihr darfst gar nichts kriegen, der letzte So, ich mach jetzt mal KI-Mittel Autos Bau, mach ich mal Hab ich noch nie gespielt auf Bau Bestimmt auf Baggern und so Jo Geht auch Mähdrescher Aber ich glaub ich nehm mal Ja, was gab's denn hier noch Den nehm ich mal Warum sind die, das ist schade, dass die hier immer rot sind Weißt du nicht mehr welcher du bist Blöd Man hat ja auch echt ein bisschen schade Find hier bei dem Spiel, dass man nur diesen Modi Spielen kann, ne, das ist echt schade Oh, das ist doch die Map, wo die Bilderkugeln angewollt kommen, ne Jo, die ist richtig schlecht Ach, hier geht's rein So, hast du dich an ein paar Mienen gelegt Geht jetzt da drinnen? Ne, äh, kurz davor war das Wo bin ich denn jetzt? Du hast die Abkürzung genommen, die richtige eigentlich Oh, er hat noch sein Triebwerk Aber du hast schon mal den, das ist schon mal gut Und ich geb da jetzt nicht direkt Gas gleich Das ist wichtig, so Ein Duell der Walzen Da, wusste ich Aber gut, bin noch drin Noch Boah, war so eben, ey Ja, die hab ich nicht gesehen, schade Na ja Ja, die kannst du auch teilweise schlecht ausweichen, ne Guck mal, hier direkt hier vorn ist eine Lass mich hier nur Also direkt durchgefahren Ach, da müssen wir rein Boah, das ist voll verwirrend, ey Ja, ich will dann immer rechts fahren, aber da ist ja nichts Ja, ich auch Und dann knüsselt man sich Was ist das denn jetzt gewesen? Hä, wo bin ich denn rauszukommen? Ja, ich bin auch Ja, ich bin rechts irgendwo gelandet, also Ja, kann der Nähdrescher sich mal einen abfreuen, ey Naja, das hat jetzt nicht viel gebracht Ja, voll verbrucht in allen, die da noch mitgefahren sind Ach, hier geht's lang, okay Den hab ich denn jetzt kaputt gemacht Aber gut, von der Bande wird man schon hart umgelenkt Naja Aber man kann sich ja im Flug schon drehen eigentlich so ein bisschen Oh nein Oh nein So knapp Ich find den Hammer voll in bei hier Du haust einmal drauf, direkt hast du gewonnen Wenn nur noch einer ist Oh nein, der hat einen Hammer, das ist nicht gut Der Hammer immer noch Nein, 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 nein Oh, jetzt hab ich die falsche Taste gedrückt Mist Das wird mir nur noch vorher hinkommen Oh, das wurde mir jetzt grad stört Aber vielleicht hat der das gerade gemacht Dass du jetzt so komisch da rausfliegst, da durch Ah, nee Was? Ja, sorry Er fährt da rein und ist nicht tot Was ist das denn? Ja Was, ey? Wenn zwei sich streiten, ey? Genau Ah, du brauchst nur noch drei Punkte Ja Aber das wird eh nichts Oh nein, der hat auch einen Hammer Oh nein Den muss ich kriegen Lol, der krieg ich ihn nur noch mal Hau gleich direkt, wenn er rausfliegst Ich hoffe es Ich hoffe es Komm, jetzt Komm Oh, schade Komm, komm, komm Die Abkürzung hätte ich nehmen sollen Komm, du kriegst sie noch Oh, das ist ja knapp Aber irgendwie ist der mittlere Computer nicht besser als der leichte, ne? Finde ich jetzt Die sind irgendwie gleich schlecht Gleich schalten wir mal auf den Schritt, bestimmt genauso Oh, die muss ich Nein Schade Scheiße Na gut, immerhin Du musst jetzt nur gewinnen, dann hast du den Gesamtsieg schon Ich hoffe es Oh, das ist nicht so gut So können sich hier eins zurecht, ey Oh Mann Hat man schon so einen schönen Vorsprung, dann ist er direkt wieder weg, ey Ja, Medrisch hat sich gerade im Tunnel überschlagen Wenn es das geht, ist auch witzig Ma, was ist das denn? Ja, bitteschön Ich mach mal so eine Rolle Fliege jetzt auch schneller da durch Oh Boah, okay, er fliegt da rein, sehr schön Also, fah- Oh, nein Nein Yes Ah, okay, ich wollte gerade sagen, das fehlt jetzt richtig Weil an der Stelle liegen zwei Minen liegen Aber Map ist ja zu Ende hier Ja gut, jetzt sind wir gleich da Ach, das ist die Gesamtpunktzahl Ich meine ja Lol, ja, dann Dann passt das mit vorhin Okay KI schwer Gibt es noch mehr? Nein, die aktiviert KI schwer Äh, was haben wir noch? Hier, Straßenwagen, Einsatz Komm, Rennwagen nehmen wir mal Das kann doch bestimmt was Tja, Enter drücken Oh, die sehen aber schick aus, die Rennwagen Was ist das denn? Sieht aus wie ein Fiat Punto Ja, ne? Ich nehm mal den Der Dragster ist irgendwie nicht cool Den hab ich auch noch nicht freigeschaltet Ich nehm mal diesen Rennwagen Ah, Partytisch Bleib vorne, um zu gewinnen Lass dich nicht abhängen Ja, ehrlich Krass Danke für den Tipp Tommy Vox Ja Aber wir sind zumindest schon mal vorne Das ist schon mal gut Ja 1, 2, 1 Los Nein Scheiße, ich werd abgeschossen Mist Machen die es unter sich aus, ey Ja Ey, der konnte aber grad gut schießen Wer ist das denn? Ich glaub Carlton war das, der da so gut schießen konnte Ja Okay, ich bin nach vorne Oh Ich hab einen Hammer Oh Ist hier so ein Fuhren vor mir? Nein! Hat's mich auf den Stuhl gelandet Ist sie lang Ich hab keine Ahnung, ist sie lang? Ich geb einfach mal Tue Ich kenn die Strecke gar nicht Ich hab die mit Sicherheit schon gefahren Weil ich hab da nicht gespielt Aber ich erinnere mich schon wieder nicht mehr Nein Oh 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 Boah Boah Das wird knapp Boah Ja, jetzt muss ich aber hier absolute Kampflinie fahren, ey Das kommt der mir davon Ach, scheiße Ja, der hat doch schon einen guten Ja Guck mal, die gewinnt jetzt noch einmal und hat schon gewonnen LOL Das geht gar nicht So gut kann man nicht sagen Nee, die hat nicht gewinnen lassen Mann, ich wollte die eigentlich direkt ab... Nein Nein Oh, 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 nein, jetzt gewinnt sie Nein Die darf nicht gewinnen Die darf nicht gewinnen Ich glaub, die gewinnen da was Ich glaub, die gewinnen da was Ja, das gibt's nicht Drei Runden waren das, meine ich Jetzt gibt's nicht Ja, waren auch nur Wir haben alle drei gewonnen Dann hast ja Insta-Win Ja Krass Unmöglich Okay, dann probieren wir jetzt doch mal Personenverkehr Aber jetzt war die AI schon härter, ne? Ja Fand ich auch Meine ich Mit nem Boot Mit nem Boot Okay Ich glaub, ich nehm mal den Er hat Luftkissenboot, das schwimmt so komisch, ey Das ist voll schwer zu spielen Aber du kannst ja mal versuchen, versuch mal Bossautos Die finde ich alle nicht so, muss ich sagen Ne, die sind nicht so toll, finde ich Also Gibt bessere Fahrzeuge Ja, auf jeden Fall Diese Strecke, die ist schön Die sind alles schön behäbig hier Dann jetzt gemacht Oh Ja, damit kannst du gar nicht so gut fahren Naja Müsst du was besseres machen Boah 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 Die sind aber auch langsam irgendwie, ne? Ja Nehmen wir das Das kann ich auch noch nicht Weil er grad gemacht hat, bin ich weg Jetzt gewinnt Toll erstmal wieder gleich Das gibt's nicht Und jetzt Genau Mach krass beide an den Turbo Ach lol, da kann man drüber Lol, wie schlecht war das denn? Hast du das gesehen? Ja Toilette locker gewinnen können Aber Carlton Ja Hat ein bisschen rumgetrimmelt da Das war ich denn nach dieses Boot Haut mal alle ab hier Ey Schade Und Ja, ich kann noch fahren Gut Jetzt bin ich draußen Nein Schade, schade Boah Oh, noch eine Rolle im Flug gemacht Die war nicht schlecht Oh, 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 oh Da muss man voll bremsen Für die Abkürzung Ah, das stimmt Der hat einen Hammer, weißt du Muss ich ein bisschen Ah So, jetzt perfekt Sauer Knapp ey Oh, ich muss mal was gewinnen Weil ich hab nur noch zwei Stück Ah, nein Scheiße Kacke Hau da ab, ey Hä, was war das denn? Weil ich jetzt gegen ihn gerast bin Bin ich direkt kaputt gewesen Das ist komisch Ja Boah, das kann ja jetzt eigentlich Ein Rennen werden hier Lol Ich hab keine mehr Ich hab keine mehr Ja Vielleicht ist das so eingebaut Lol, jetzt gewinnt gleich wieder hier Äh Letzte Runde für mich Boah Boah Ist auch eng hier, wenn das hier startet Hm, das stimmt Jetzt? Ne, ich bin draußen Oder? Ne, ich hab einen Punkt Gut Ist man dann ganz raus? Das weiß ich nicht Das weiß ich nicht Ich hab grad auf jeden Fall noch einen Punkt bekommen Ich weiß wann, wo wir Jetzt bin ich schon wieder draußen Das gibt's nicht Boah Boah Also das Boot ist auf keinen Fall zu empfehlen Ich flog gerade noch einen Reifen durch Ja, ich bin noch dabei So, ich versuch jetzt auch mal den Den Gesamtsieg hier zu holen Ja Ich komm gar nicht vorm Fleck Jetzt bin ich schon wieder draußen Jetzt steht hier die ganze Zeit minus eins Aber ich hab gar nicht noch Punkte mehr Ah, Carlton Ja, mehr abbauen kann man nicht Ne, leider nicht So, ich bekomm einen Punkt, aber ich muss nur zweiter werden Das wird schon reichen Ich zieh jetzt mal durch Ah, okay Ne, ich hab mich festgefahren Ich hab immer Schwinggewehr Warte jetzt erstmal leer Vorne bringt einmal nichts Oh, der war aber brutal Der hupt denn der Der Ja Dass die das auch machen können Das ist auch witzig Obwohl ich auch Oh nein Oh Oh nein Ja, das schaffste Ich bin aber Glück gehabt, ey Das ist so knapp So, jetzt überholen wir ihn wieder Gibt's doch nicht So, jetzt aber So, jetzt zieh durch Alter Kommt er immer noch Was? Jetzt müsste es lauter Nein Das gibt es doch nicht Das gibt es doch nicht Das gibt es nicht Boah, weil er mich getötet hat, kriege ich sogar noch nicht mal den einen Punkt, weißt du Und dann gewinnt er noch Ey, das gibt es nicht Und ich bin letzter Ja Ja, da müssen wir wohl noch eins machen Ja Ja Also Ja, da nehme ich natürlich den glücklichen Euter Ja, da nehme ich natürlich den glücklichen Euter Der sieht cool aus Ja, den muss man einfach nehmen, wenn es den schon gibt, ey Ja Ja, das nehme ich denn mal Oder das auch gar nicht Mr. Frost Penning's Mr. Frost Ich bin runtergeflogen Ich bin runtergeflogen Boah Ich muss erst mal ein bisschen vor mich lassen, weil ich habe Angst vor dem Maschinengewehr Ja, das ist nicht so ganz gut Oh, oh, oh Nein, ich habe ein Maschinengewehr Oh, das ist knapp Oh, der Hubschrauber Oh, das ist knapp Ah, jawoll Komm, 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 komm Ich muss nur mit dem Hammer an den Rand Yes Sauber Ich habe wieder zwei Punkte Abzug Aber wieso hat der Karl ihn jetzt trotzdem einen bekommen, obwohl ich ihn getötet habe, verstehe ich nicht Ich verstehe das auch nicht Was fahre ich denn? Achso, hier Na, da ist die Farbe nicht so bekenntlich, ne? Bei dem Ja, das sieht man nicht so gut Na, da springe ich immer drüber über die guten Pakete Mensch, das gibt's doch nicht, ich bin schon wieder draußen Mal den scheiß Magnet hier weg Oh, oh, oh Ach ja, die, da hast du voll die Mega-Abkürzung Ah Oh nein, ich hatte noch Magneten Ah Boah, jetzt holt der Tull, holt der dich jetzt bestimmt gleich Und gewinnt er noch insgesamt Ja Ah, okay Ah, klar Na gut, ich glaube aber, der könnte auch sogar noch den Gesamtsieg holen Nach dem Rennen hier, ich bin mir ja grad nicht sicher Ich glaube, der hat nur einen Punkt Rucksstand oder so Ja, aber das ganze hier an Das ist der scheiß Hubschrauber, ey Oh nein Das gibt's doch nicht Den holt er jetzt gleich, ey Den holt er jetzt gleich, ey Das gibt's nicht Welche Farbe habe ich denn? Den blauen, okay Nein! Ach, du bist da vorne, okay Ja, ich bin noch vorne Okay, das ist gut Noch Hubschrauber Dieser Hubschrauber Muss ich auch passen Nein! Oh nein! Schade Boah, hab ich aber noch glücklich hingefallen auch Als der wieder da, weiß, hat er die Mega-Abkürzung genommen Oh gosh, ey Oh Oh, 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 komm, zieh doch mal ran da Oh, komm, jetzt aber Oh 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 Ah, sauer Gut, jetzt hab ich den getötet Wer der Erste, um zu gewinnen? Achso Ja, der Was sagen die ihm doch, krass Ich hab irgendeinen Hammer gehabt, oder? Bin ich das? Ne, das bin ich gar nicht Ach, ich bin draußen Ja, ich hab einen Hammer Oh nein! Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ich Wer ist das? Ist das der Tull? Ja, das ist Tull Schade Ach, gut Ich hab schon gedacht, das wäre der Carlton und gewinnt jetzt Ich hab wieder null Punkte, super Machen wir erst mal ein bisschen Musik Nein Jetzt halt mich überschlagen Das gibt's nicht Ich dreh mich da nur so blöd Oh nein, jetzt gewinnt Jetzt gewinnt der Tull gewinnt Okay, dann haben wir noch eine Mini-Mini-Mini-Chance Ja, aber nur eine ganz kleine Oder besser gesagt, du, ich hab keine mehr Und da fahre ich mitten durch Boah, scheiße Noch bin ich dabei Noch, jetzt bin ich nicht mehr dabei Mann, nein Ah Ah, okay, ist ja immer noch nicht Ende Genau Eine Runde noch Ah, es sind die Playoffs aber Also, jetzt kriegt man keine Punkte mehr abgezogen, ne? So war das doch, glaub ich, ne? Ich glaube Mach Okay, das war gut Okay, das war gut Wenn dir das gefallen hat, lass ein Abo da Lass ein Like da Natürlich auch beim Benni, ne? Mhm Kanal ist unten in der Videobeschreibung bei mir Und ansonsten, bis zum nächsten Mal Tschüss Sieht so aus Ah, die lassen sich leicht zerstören Also Golf Caddies Ah, den hab ich perfekt weggehauen Hier durchs Waschbecken Drift durch bisschen Wasserfarbe Und den hau ich auch nochmal weg Komm Ach, perfekt Und Wow Das ist ja knapp Ich darf nicht selbst mit runter fallen Das wäre etwas blöd Und Dann Dann Jetzt Vielen Dank.